Hallo, 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 alles klar. Taxizentrale Baumgärtner, einen schönen guten Tag, Sie sprechen mit Herrn Josef. Ja, schönen guten Tag, also ich hätte gern ein Taxi zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof, ja, natürlich, das machen wir sehr gerne. Die Adresse ist die Kaiserstraße 40. Auf die Kaiserstraße 40, selbstverständlich. Dürfte ich nochmal den Nachnamen erfahren? Ja, ich buchstabiere den Nachnamen, das ist B-O-U-N-O-U-A-R. Bunuar! Bist du Marokkaner? Ja. Kennst du Ahmed Bunuar? Das ist mein großer Bruder. Ist dein Bruder? Ja. Dein großer Bruder. Du bist Khalid? Genau. Du bist Khalid Bunuar. Ja, Mann. Ich kenne dich von, du warst so klein. Ich bin korrekt. Ja, du kennst mich nicht. Nein, sorry. Ich bin Freund von deinem Bruder, Yusuf. Killer. Yusuf Amaru. Freut mich. Khalid, wie geht's? Gut, gut. Wie geht's, deine Familie? Alles gut. Dein Bruder, Schwester, Mutter, dein Vater. Alle gut. Alle gut. Gut. Alhamdulillah. Ja, korrekt. Sag Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Sag du Amin, ich sag Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Khalid. Ja. Brauchst du ein Taxi? Ja, bitte. In zwei Minuten dein Taxi ist da. Zehn Minuten reicht, Alter. Zwei Minuten, die soll acht Minuten warten, die Fahrer. Der Mist gewohnt. Okay. Khalid. Ja. Ey. Okay. Alles klar. Khalid. Ja. Ich liebe dich wie mein eigener Bruder. Als ob du bist mein Bruder. Ja, danke schön. Khalid. Hau rein. Al-Aziz. Ja, mach's gut. Mwah. Al-Habib. Ja, Assalamu alaikum. Ja, mach's gut. Danke. Ja, tschau. Peace. Taxi Zentrale Baumgärtner. Einen schönen guten Tag. Wir sprechen mit Herrn Josef. Bitte schön. Einen schönen Tag.